Und damit hallo und herzlichst willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play und zwar wie es die schlauen Leute von euch schon herausgefunden haben. Es handelt sich um The Hong Kong Massacre. Das Spiel ist noch relativ neu und es wird wirklich nur ein kleines Let's Play. Manche nennen es halt angezockt oder Let's Test oder was weiß ich. Keine Ahnung, wir schauen wirklich bloß mal rein. Hat diverse Gründe. Der wichtigste von allen oder der Hauptgrund, sagen wir mal so, ist folgender. Aber ich finde das Spiel super klasse. Ich finde allgemein eine Art von so, ja, on top drauf guck spielen. Da gibt es bestimmt einen saugeilen Gamer Fachbegriff, den ich aber leider nicht weiß. Solche Art von Spielen finde ich super cool. Aber gerade mit dem 360 Grad rumgeballert, das ist mir einfach vom Handling viel zu schwer. Ja, da bin ich einfach zu doof dazu. Weswegen ich in so einem Level mal gut und gerne ein, zwei Stunden festhängen. Ja, und das ist natürlich erstens nicht schön anzusehen und zweitens habe ich dann irgendwann auch keinen Bock mehr, dass ich völlig frustriert meistens die Spiele dann weder deinstalliere und mir einfach irgendwo anders angucke. Deswegen schauen wir da bloß mal ganz kurz rein. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal ein neues Spiel an. Ja, ja, ich habe bloß mal ausgetestet, was das abgeht und dann wünsche ich euch viel Spaß. 4 Tage früher, Hongkong 1992, irgendwann, irgendwas. So, dear Bartender, welcome back, I've been waiting for you. Still drinking old-fashioned? Still drinking old-fashioned? Is that drink that old-fashioned? Oh, okay. Here you go for old times shakes. So, the time has finally come. Got all the information that you wanted about the two-headed dragon. I think you should start the returning to the tea house. Also, es geht um irgendein two-headed, zweiköpfigen Drachen, two-headed dragon. Und ja, es ist jetzt Zeit zurück zum tea house. I wish you good luck. Ja, können wir uns jetzt nicht allzu viel draus nehmen? Mal schauen, was da so abgeht. Ich gehe mal davon aus, dass es geballert wird. Fresky. Das ist ein73er Zuck. Die auch mal davon aus, dass es nicht so ist. Aber wir gehen nicht mal aus, aber wir gehen. Die auch mal davon aus, dass es der Verlust ist. Dann war das jetzt nicht so eine Story-mäßige Einblendung, sondern wahrscheinlich einfach so ein bisschen Ladebildschirm-Überbrückung. Okay, wir sehen also hier eine Auswahl an Waffen. Wir können jetzt aber nur die Pistole nehmen, soll mir recht sein. Und dann geht der ganze Spaß auch schon los. Ich finde die Grafik super geil, wie gesagt. Okay, da kann sein Körper recht gut bewegen. Gut, hätten wir den Spaß mal ausprobiert. Okay, was das Spiel so besonders macht, wir haben einmal so Matrix-mäßig eine Zeitlupe, die vor allem für mich sehr toll ist, weil es mir doch das Spiel um einiges einfacher macht. Gut, jetzt haben wir hier nochmal die Movement-Einblendungen und wir können theoretisch auch Kugeln ausweichen, indem wir so krasse Sachen machen. So sliden und so, also Kugeln so ausweichen. Ja, dann würde ich sagen, unsere Aufgabe ist es jetzt hier so die Leute halt zu eliminieren. Und dann machen wir uns mal ran. Das etwas gefährliche an dieser Welt, oder allgemein wahrscheinlich dann auch an dem Spiel ist, dass es hier so zwischendurch Fenster gibt, durch die man auch erwischt werden kann. Ähm, deswegen sollte man vorher, bevor man da irgendwo rein stürmt oder bevor man jetzt das Massaker startet, sich mal ein bisschen umschauen, wie denn so die Lage ist. Ähm, genau. Ich gehe jetzt einfach durch die Tür, nutze da gleich schon mal die Sache und dann erledigen wir hier den ersten. Gehen da wieder raus und hoffen mal, dass der Kollege jetzt mal hier zu der Tür rauskommt. Oh, okay. Ja, das wird jetzt, ähm, relativ oft so weitergehen. Können wir nochmal schön von vorn anfangen, denn da habe ich ein bisschen gepennt. Der Kugel hätte ich theoretisch noch ausweichen können. Selbst mit Slowmotion. Fall am Abkacken. Es gibt hier garantiert Leute, die rushen hier durch die Sache durch, wie, äh, ja, wie irgendwelche Wahnsinnigen. Aber zu der Art Spieler gehöre ich nicht. Das, keine Ahnung, bin da immer echt super vorsichtig bei solchen Sachen. Das machen wir mal, dass wir den jetzt, diesmal richtig erwischen. Oh, krass. Hat es gleich die Tür mit zerfetzt. Dann würde ich sagen, wir nehmen mal hier die Waffe auf. Dann haben wir zumindest wieder 20 Schuss. So, der ganze Spaß geht natürlich jetzt hier oben weiter. Da haben wir noch drei Kollegen. Ich habe das beim... Oh, 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 oh. Die Türsch... ...schwankt hier ganz schön auf und zu. Hm. Ich habe es in der Tat beim Test einmal geschafft, die erste Welt. Ähm, hat Ewigkeiten gedauert. Pass mal auf, wenn die beiden jetzt hier so rumjuchten und nicht durch die Tür durchkommen wollen, dann haben wir natürlich folgende Möglichkeit. Wir können hier nochmal außen rumgehen. Und... Ach. Okay. Das sind sogar nicht so dumm, die beiden. Das macht mich gerade echt ein bisschen fertig, dass die hier zusammen so rumtänseln. Das hat er geklappt. Das hat er geklappt. Oh, yes. Oh, yes. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das jetzt hier im Ernstfall in den zwei Durchgängen schaffen. Ähm, wir werden aber auch gleich sehen. Ähm, wir haben zwei Minuten 34 gebraucht. Waren fünf Leute. Ja, einmal gestorben. Ähm, das habe ich das letzte Mal auch nicht geschafft. Perfect Aim. Haben also quasi alle unsere Schüsse ins Ziel gebracht. Ja, gibt es hier Leute, die das unter 30 Sekunden durchspielen? Da gehöre ich jetzt definitiv nicht dazu. Von daher... Ja, bin ich doch jetzt recht überrascht, dass das so gut lief. Und wir schauen mal, was weiter passiert. So, okay, ähm, in dem kleinen Zwischenspieler haben wir jetzt doch gesehen, dass ein... ...Mädchen, eine Frau erschossen wurde. Ähm, um... Wen sich das jetzt genau handelt, haben wir noch nicht rausgefunden. Oder wurde in dem Einspieler, beziehungsweise ist dann nicht so klar geworden, ob das seine... ...kleine Schwester, seine Freundin, seine große Schwester, kann es natürlich auch sein. Ähm, ja, inwiefern jetzt der Beziehungsstatus zu dieser Person und unserer Hauptfigur besteht, haben wir jetzt noch keine Ahnung. Also scheint es zumindest doch eine Art... ...ja, Handlung zu geben. So. Four days earlier. Genau, Challenges, das haben wir da auch so. Stern und Pipapo. Dann würde ich sagen, wir schauen uns einfach mal noch... ...die zweite Challenge an. Four days earlier. Death comes knocking at the door. Ice jogging, apartment, food junk, estate. Best time, no records. Also können wir für jeden Durchgang auch uns selber immer so ein bisschen challengen. Ist ja ganz schön. Okay, Startlevel. Alles klar. Alles klar. Mal schauen, das spüle ich jetzt komplett blind. Das habe ich noch nicht gesehen. Not enough points. Okay, also können theoretisch unsere Waffen noch ein bisschen upgraden. So heißt es. Ähm, ja, theoretisch können wir jetzt in dem Fall noch nicht. Und deswegen nehmen wir einfach wieder unsere gute alte Pistole, die uns hier recht gute Dienste erwiesen hat. So. Gut, gut, gut. Wir haben uns jetzt auch schon wieder irgendwelche Leute gehört. Wir können hier aber nicht besonders weit den Gang lang schauen. Und ich weiß nicht, inwiefern... Okay. Inwiefern wir dann gesehen werden. Ich wechsle auch mal fix die Waffe. Ja, ich finde die Grafik echt schon ziemlich nice. Gefällt mir sowas echt. Ähm, oh. Oha. Okay. Ein Mann mit einer Schrotflinte. Guten Tag. So, jetzt ist die Frage. Nehmen wir die Schrotflinte mit? Oder... Oh, da haben wir schon wieder Fenster. Oh, eine Uzi. Behalten wir unsere Pistole. Denn... So eine Schrotflinte... Ich würde mal sagen, so eine Pistole hat halt folgendes... Folgenden Vorteil. Ähm... Sie kann meiner Meinung nach weiter schießen. Und so eine Schrotflinte hat doch... Ähm... Etwas... ...größere Streuung. Deswegen würde ich sagen, wir bleiben erstmal bei unserer Pistole. Und hier, der slidet ganz gut... Der slidet ganz gut durch die Gegend. Und es wird jetzt auch relativ knifflig. Wir sehen, dass wir hier wieder Fenster haben. Und hier oben war, glaube ich, auch irgendwo noch einer. Genau. Und da haben wir auch wieder Fenster. Ist jetzt die Frage, wie rum wir da reingehen. Ha. Das lief bis jetzt eigentlich ganz gut. Ich würde es auch relativ cool finden, wenn wir mal sowas in einer... ...in einem Durchgang schafft. Okay, jetzt muss man vielleicht erstmal aufpassen, ob der hier... Vielleicht warten wir noch, bis der wieder einmal abhaut. Jetzt schiebt er den ein bisschen durch die Kante. Okay. Ich habe halt die Befürchtung, wenn wir hier reinkommen, dass uns der dann halt hier schön... ...erwischt. Und nichtsdestotrotz, irgendwann müssen wir mal irgendwas machen. Gut. Das ging schon mal. Was hat er denn vor? Der zappelt mir, der Karl zappelt mir ein bisschen viel rum. Jetzt geht die Tür leider zur falschen Seite auf. Okay. Äh, äh, okay. Dann hätte ich vielleicht mal ein bisschen eher auf die Slowmotion-Taste drücken müssen. Ah, ärgerlich, 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 ärgerlich. Na gut, ich würde sagen, wir geben der ganzen Sache nochmal einen Versuch. Ich würde sagen, wir werden mal hinter ihm stehen. Das hat er gehört. So, was eierste denn hier rum? Das hat auch ganz gut funktioniert. Ich würde sagen, wir haben hier ein bisschen die Fenster. Einmal die Tür geschossen, okay. Kann man machen. Dann wechseln wir nochmal die Waffe. Und warten noch einmal, bis der hier auf und ab gelaufen ist. Was ich noch ganz cool finde, was es vielleicht ein bisschen einfacher macht, ist, dass die nicht einfach so dann... Ja, sagen wir mal, durch die Türen. Also, das ist dann schon immer wie so eine abgeschlossene Räumlichkeit. Die kommen jetzt auch einfach... Andersrum nicht einfach mal sinnlos da zur Tür irgendwo rein und raus. Vielleicht kommt das ja später noch. Aber bislang finde ich das ganz in Ordnung. Okay, jetzt kommt er schon rüber. Jetzt laufen sie hier ganz gut, äh, frequent hier durch. Was hat er denn, das ist ein Maschinengewehr, ne? Der war auch ganz schön fix gewesen vorhin. Hm, hm, hm. Der Typ bleibt jetzt aber auch nicht stehen. Vielleicht versuchen wir erst mal, den mit dem Maschinengewehr zu erwischen. Okay, jetzt laufen sie natürlich hier wieder rum. Oh, meine Herren. Entscheidet euch doch mal, was ihr machen wollt. Jetzt geht der weg. Jetzt läuft der hier lang. Der Kollege will nicht so richtig in sein Hinterzimmer gehen. So. Hätten wir den mit dem Maschinengewehr schon mal. Ah. Okay. Ich hatte jetzt schon Angst, dass der rauskommt. Wo ist denn jetzt der andere Fatzkuss hin? Der hat sich irgendwo da hinten kurz versteckt. Oh, ah, da ist ein Fenster. Uh, ha. Da haben wir Glück. Hm, 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 hm. Ich bin aber auch ein übelster Schisser, was sowas angeht. Ich würde das jetzt echt so gern schaffen. Das wäre der nächste. Die Tür, die eiert hier aber auch ganz schön rum. Geht einfach wieder zu. Mensch, jetzt können wir. Setzt du auf, die gehen natürlich hier zur verkehrten Seite auf. Andersrum wäre das jetzt ein bisschen geiler. Hm, 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 hm. Was? Die Leiche hat sich bewegt. Jetzt hängen sie aber da hinten in der Ecke. Macht doch mal, bewegt euch doch mal. Das bringt doch niemanden was. So, was ist natürlich Gift für meine Statistik. Komm, ey, hm, 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 hm. Tch. Oh, das war knapp. So, so, so. Okay. Da hätten wir das. Irgendwo hinten scheinen noch Leute zu sein. Das Problem ist, dass hier alles Fenster sind. Ne, keine Ahnung. Das geht so nicht. Dann versuchen wir es vielleicht mal andersrum. Vielleicht nehmen wir auch mal die UC. Oh, hey da. Okay, dann fällt auch noch ne Leiche um. Hey komm, ich will jetzt hier nicht bei dem letzten drauf gehen. Yes. Ha. Auch wenn wir da ganz schön Schüsse verballert haben jetzt in der Runde. Mal schauen. Level cleared. Einmal gestorben wieder. Anime is killed. Schatzfahrt 17. Robins picked up 2. Okay, 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 okay. Times 7, 31. Es gibt Leute, die das angeblich in unter 40 Sekunden schaffen. Okay. Okay. Ja, ansonsten bin ich aber erstmal so glücklich, dass wir... Oh, da hat sie so gut durchgekommen sind. Today, June 14, 992, Hong Kong. Police Officer, first interrogation with the subject regarding the events that took place between the June 10th and June 13th. Okay. Present at the interrogation is police officers Yuwang Lo and the suspect. Okay. Interrogation starts at 15.45. The date is June 14th, 1992. So, let us start at the beginning. We know that you came back to Hong Kong on June 10th, arriving at 17.15 with flight 1435 from Bolivia. I am now showing suspect surveillance footage from the airport. We know that you arrived at Liu Cheng's restaurant at 25. And then made a visit to the tea house, killing some of Wei Zhao's goons. Okay. Then at 21, Yu knocked at the door at one of Wei Zhao's apartments down in Fiu Cheng Estate. Used for drugs. Distribution shooting. Turning it into a bloodbath. So, now let us talk about the events that took place after the apartment on June 10th. Okay. So, in this episode, we will probably start again. Pick up weapons. Okay. Alles klar. So. Four days earlier. Teil 3. The records. Car trouble. Wage house. Car shop. Check. Cap. May. Keine Ahnung, ob ich das immer richtig ausspreche. Aber es gibt, glaube ich, ziemlich viele Sachen, die ich nicht richtig ausspreche. So, ich würde sagen, wir gucken uns das vielleicht noch einmal an. Okay. Da ist ein Mensch. Und hier gibt's jetzt auch schon nix mit Türen. Wo geht's denn hier lang? Oh. Ah, doch. Hier geht's rein. Da hinten ist noch hier. Oh, da sind sogar noch zwei. Ist das ein Fenster? Oh, ja. Das scheint jetzt doch schon etwas... Oh, okay. Difficultiger zu werden. Oh, okay. 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 Das war knapp. Hätten wir vielleicht mal die Slowmotion benutzen können. Oh, da ist auch noch jemand. Na, wenn, dann räumen wir hier richtig auf. Oder auch nicht. Ähm. Ja, es scheint jetzt doch, äh, ein bisschen... Ja. Ein bisschen von der Intensität anzuziehen. Ähm. Ganz ehrlich. Ich denke, ich werde vielleicht privat noch ein bisschen weiterspielen. Aber... Das wird jetzt bei mir doch hier von Runde zu Runde höchstwahrscheinlich immer mehr Try & Error. Und das will ich euch einfach ersparen. Ja, ich finde das Spiel wirklich, äh, ganz cool. Und... Würde trotzdem sagen, dass es das bisher mal gewesen sein soll. Wir haben mal eine halbe Stunde reingeguckt. Haben auch sogar ein bisschen was... Geschafft, was ich vorher vielleicht nicht mal so, äh, mitgerechnet hätte. Ansonsten schaut mal gerne bei uns einfach auf dem Kanal vorbei. Gibt's noch einige andere Sachen, die euch vielleicht interessieren könnten. Ansonsten sehen wir uns bei einem neuen, vielleicht auch bei einem alten Spiel wieder. Bis dahin. Habt vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.